Da! Da ist es! Ja, ist so gut zu Hause nicht. Licht anders. Licht ist gut. Eins ist da. Es muss sich jetzt ausruhen. Oh nein, nicht da stecken bleiben. Vorsicht. Na ja, es muss jetzt erstmal irgendwie klarkommen. Es ist jetzt weggekullert. Ja, okay. Mit dem Schnabel da festhalten und dann geht's. Zumindest hatte die andere das auch so in dem Brüter drinne. Ohne noch eine Unterlage drunter. Und es dann, wenn er einen Fuß hatte? Nee. Aber kann auch dadurch passieren, ja. Es gibt viele Möglichkeiten. Frisch geborene Köken, die sich aus Versehen verletzen. Oder die Luftfeuchtigkeit nicht stimmt. Oder es zu kalt ist. Jetzt wieder da drin. Sind wir denn da ein Eirei gegangen? Nee, in diesem Loch da. Ja. Ja. Ja.